Heute zeige ich euch von Hegel den 1873er Peacemaker in der vernickelten Ausführung. Wie man hier seht, sind alle Schrauben gebläut, auch auf der Unterseite. Holzgriffschale aus Walnuss, poliert. Der ganze Revolver ist aus Stahl, Rahmen, Trommel, Lauf, Hahn. Auf dieser Seite habe ich meine Ladluke. Hier mein Auswerfer. Am beeindruckendsten ist das Geräusch und Spannung. Ein Genuss von jedem Western-Bern. Mehr kann ich nicht sagen. Der zweite Seite habe ich meine Ladluke. Vielen Dank.